Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zur letzten und entscheidenden Runde im Kampf 2. Leibregiment gegen Kaiserliches Heer. Es kommt wie gesagt drauf an und die Spannung könnte nicht größer sein. Wir sind wieder in der Cavalry und zu Beginn der Runde. Männer! Ihr verliert euer Pferd nicht unnötig bei den Barrettantrücken und gegen die Gegnerkraft müssen wir auf jeden Fall ankommen. Wir sind eine Elite-Regiment. Also tretet Elitär auf als Stellenhalten. Oh, geht schon mal gut los. Ja, die werden von Huzan getraten. Es sind selber Huzan. Ich sage recht, ja. Wieso? Ähm. Okay, die K-Train-Mann. Ah, nun, wir müssen da helfen. Die Dragoner kommen da jetzt auch noch hin. Ich kann da nicht... Nein. Das ist Kaffee-Überlegenheit. Okay. 76 gegen 85. Das ist ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thanks for coming. Deliver the air. Merci pour le visite. Allon, die werden die Rechnungsräufe auf der rechten brauchen. Das ist die komplette Funnel. Das war's. Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Sehr viel Schaden macht Leute, weiterhin Schaden macht, sehr gut. Sehr gut. Feindjäger sind ausgeschaltet. Ich sehe da noch einen. Ich bin hier plötzlich. Ich bin hier plötzlich. Für König und Vaterlos! Ich bin hier. Ich bin hier. mh zuverlustreich darf ich noch chargen? wie viel haben uns die selten recht viel gekostet? er folgt die fragone einfach noch können wir gewinnen, glaubt an unser er at Vielleicht schafft mir das ein bisschen Bencht, wenn es im Fall ist. Und das war's, ciao bis zum nächsten Mal, euer General Pilofas. Bis zum nächsten Mal.